Ja, hallo ihr Lieben, Ralf hier von Living2Go. Heute zeige ich euch, wie ich von meinem alten iPhone 10 alle Daten auf das iPhone 12 übertrage. Ja, es gibt also genau zwei Wege. Einmal über die direkte Verbindung zwischen zwei iPhones oder halt über das Backup, was ja in der iCloud, in der Apple iCloud erstellt wurde. Ein Backup zu erstellen ist beim iPhone relativ einfach. Ihr geht auf Einstellungen, dann tippt ihr halt kurz auf euren Namen, dann hier auf iCloud, scrollt ein bisschen runter, da habt ihr hier die Einzeige iCloud Backup. Bei mir ist das eingestellt und man könnte jetzt ein Backup gleich erstellen, keine Frage. Ich möchte das aber direkt übertragen. Das ist immer dann gut, wenn man keine stabile Internetverbindung hat oder wenn man über LTE-Netz oder so eingeloggt ist, wenn man nicht genug Datenvolumen hat. 256 GB zu übertragen, das springt zu manchen Vertrag. Deshalb ist es sowieso besser, das im WLAN-Netz zu machen. Aber wir sind ja Camper und da sind wir auch schon mal viel unterwegs, also ich zumindest. Und dann ist das schon auf jeden Fall ein Argument. Ja, wenn ihr also diese Direktübertragung machen möchtet, dann solltet ihr die neueste Software drauf haben auf dem alten iPhone und ihr solltet Bluetooth angeschaltet haben. Ja, ich lege das jetzt mal hier hin. Ich habe das neue noch nie angemacht, also Trommelwirbel. Machen wir das mal. Ich gehe mal ein bisschen hier rüber. Ja, dann startet es auch schon. Na habt ihr gesehen, das wurde jetzt schon erkannt. Jetzt müssen wir halt diesen Barcode scannen. Zack. Jetzt wird die Sprache automatisch eingestellt. Noch besser. Jetzt muss man den Code eingeben von dem alten iPhone. Jetzt wird das iPhone aktiviert. Dauert halt. Lass halt mal schneller vorspulen. Die Face-ID stelle ich später ein. Ich meine, manche machen das ja jeden Tag vor dem Spiegel. Ja, jetzt fragt er. Daten übertragen direkt oder über die iCloud. Du hast hier zwei Einträge. Wir nehmen das vom iPhone übertragen. Natürlich akzeptieren wir zweimal die Nutzungsbedingungen. Das machen wir auch später. Ja, Ortungsdienst aktivieren wir. Meine iWatch konfigieren wir auch später. Auch später. Ne, nehme ich nicht dran teil. Ja. Und jetzt machen wir erstmal natürlich ein Software-Update. Also ich glaube, ich habe in den letzten zwei, drei, vier Jahren, ich habe keine Ahnung, noch nie ein Gerät zum ersten Mal in Betrieb genommen, wo nicht sofort ein Software-Update durchgeführt werden musste. Also, ja, ich glaube, da sehen wir uns gleich wieder. Ihr habt ja keine Geduld. Ich muss jetzt hier warten und ihr könnt jetzt schon irgendwas anderes machen. Eines der Vorteile von dem iPhone 12 Pro Max ist, dass der magnetisch ist. Der erhoffe ich mir sehr viel. Ich habe mir einen sehr schönen Magnethalter gekauft für das Auto, ist aber noch nicht da, also bestellt habe ich den, ist noch nicht da, aber diese Top-Ace-Hülle ist da. Wenn ihr eine Hülle kauft, solltet ihr darauf achten, dass die auch magnetisch ist, sonst funktioniert das Ganze nicht. Das ist eine ganz einfache Hülle, gefällt mir aber ganz gut. Und eine der wenigen Hüllen, die, wie gesagt, hier noch ein Magnet eingebaut hat. Wenn ich, also wenn das iPhone in einer Hülle ist und man will den nur so anklicken am Auto, dann, ja, geht's nicht, weil die dann fällt halt runter während der Fahrt und deshalb eine Hülle nehmen, die ein Magnet eingebaut hat. Ja, wir haben jetzt 20 Minuten später und noch drei Sekunden, dann ist das Update wohl runtergeladen. Genau, jetzt wird's vorbereitet. Mittlerweile habe ich die beiden iPhones mal an den Strom angeschlossen, sodass die schon laden können, denn das wird ja noch dauern, glaube ich. Übrigens, bei der Hülle war so ein Gutschein dabei. Könnt ihr das sehen? Ja, und da kann man sich 15 Euro verdienen. Also die Hülle hat gekostet, 23,99 Euro. Und wenn ich jetzt eine Fünf-Sterne-Review schreibe und noch ein Bild einstelle, dann bekomme ich einen 15 Euro Amazon-Gutschein. Also 10 Euro, wenn ich nur einen Text schreibe und 5 Euro extra, wenn ich dann noch Bildchen dazu schreibe. Ja, also diesen Amazon-Reviews kann man auch nicht mehr trauen. Guckt lieber meinen Kanal, da gibt's eine ehrliche Meinung. Oder die von anderen tollen Youtubern. Also ich meine mal ehrlich, ne? Wahnsinn. Klar, wenn das Produkt gut ist, kann man natürlich auch eine gute Bewertung schreiben. Aber ein Schelm, wer dabei Böses denkt. So, mein iPhone hat sich gerade wieder gemeldet. Ist also nix für mal eben so zwischendurch. Da müsst ihr schon ein bisschen Zeit haben. Ja, jetzt wird die Übertragung vorbereitet. Zwischen meinen beiden Schätzchen. So, gerade ist der Bildschirm angegangen. Datenübertragung. Behalte dein anderes iPhone in der Nähe. Ja, und das Stromnetz angeschlossen. Haben wir getan. Was noch wichtig zu wissen ist, der Speicher auf dem neuen iPhone muss natürlich gleich groß oder größer sein als auf dem alten. Habt ihr hier ein 128 GB neues iPhone und hier ein 256 GB altes iPhone, dann würde die Übertragung nicht funktionieren. Ja, das dauert jetzt hier 21 Minuten. Das hört sich sehr wenig an. Ich habe hier, ich habe eben mal geguckt, ich glaube 160 Apps drauf auf meinem iPhone. Also ich mache da wirklich unglaublich viel mit. Eigentlich auch erst, seitdem ich Camper bin, muss ich sagen. Bis dahin habe ich immer nur ein bisschen fotografiert, E-Mails abgerufen, mal im Internet recherchiert, solche Sachen. Aber jetzt nutze ich das schon sehr stark. Ja, gerade sagt er mir hier, Übertragung beendet. Jetzt machen wir mal wieder das neue iPhone an. Das startet gerade. Ja, damit ist die Übertragung jetzt abgeschlossen. Wobei, es ist eine 1 zu 1 Kopie. Also alle Einstellungen, die in dem alten iPhone vorhanden waren, E-Mail-Accounts, hier diese Ordner, die man sich angelegt hat, die ganzen Einstellungen und so, werden 1 zu 1 übernommen. So verspricht zumindest Apple. Aber die Apps, die werden nicht übertragen. Hier bei dieser 1 zu 1 Kopie. Da wird sozusagen nur der Hinweis auf dem neuen iPhone hinterlegt. Und wenn das iPhone jetzt gestartet ist, dann wird das neue iPhone sich die Apps sozusagen aus dem Internet saugen. Das ist ähnlich, wenn ihr viele Updates macht bei eurem iPhone. Dann lehnt sich ja auch eine App sozusagen nach der anderen ab. Ihr seht dort immer an den kleinen Schleitungsbalken. Das zeige ich euch jetzt gleich. Ja, und da ist er wieder. Sehr schön. Dann machen wir mal... Na, komm her. Fortfahren. Konfiguren wir später. Später. Siri nutze ich eigentlich überhaupt nicht. Lassen wir mal auf Standard stehen. Jetzt wird die Apple-ID überprüft. Ja, und da seht ihr, da sind also noch jede Menge Apps ausgegraut. Die werden jetzt so nach und nach runtergeladen. Ja, und dann kann man das iPhone nutzen. Ich gucke mal in meine E-Mails rein. Wahnsinn. Ist ein bisschen flüssiger alles. Sogar mein Wecker ist richtig eingestellt. 6.30 Uhr, da bin ich auf der CMT aufgewacht. Also muss ich aufstehen, damit ich pünktlich fertig bin. Das ging ja da um 8 Uhr los. Ja, bis man sich mal fertig gemacht hat, ne? Zähne geputzt. Ich musste hier auch mit Lesi raus. Ja, wollte nicht so auf den letzten Stipp kommen. Bin ich also für euch so früh aufgestanden, ne? Wahnsinn, ne? Guck mal hier, die ganzen Notizen sind auch übertragen. Also das ist schon fett. Also das ist schon wirklich fett. Das habe ich mir früher einen abgestrampelt, wenn ich ein neues Gerät in Betrieb genommen habe. Das ist übrigens bei dem Mac ja genauso, ne? Also da werden alle Daten übertragen. Da muss man halt ein bisschen warten und fertig. Wahnsinn. Ja, ich glaube, das war's. Ich verabschiede mich schon mal. Ich glaube, es gibt nicht mehr zu berichten. Vielleicht mache ich noch ein Video darüber, wie ich das alte iPhone lösche. Die ganzen Daten, die da drauf sind. Wenn ihr es dann verkaufen möchtet. Aber erstmal, ne? Warten wir mal einen Augenblick. Wobei, ich habe eigentlich noch nie Probleme gehabt mit einem iPhone. Ja, aber man weiß ja nie, ne? Ja, in dem Sinne, habt einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.